Du mal tanzen für deine Zuschauer. Genau, du mal zeigen, wie schön du das magst. Schön tanzen. Oh, jetzt magst du wohl nicht mehr. Schau da. So. Bopschi? Ja? Ne, ist beinlich auf dem Video. Na komm. Ja, die Freundin ist auch da. Das ist ja sehr schön. Na klar.